In Minecraft jetzt erstmal genug, dann switche ich. Das ist meistens mitten in der Nacht. Okay, okay, das ist fein. Das ist fein. Und was auch immer ich hier gerade gefunden habe. Ich will es gar nicht wissen. Und warum es so viele Minecarts hier sind, das will ich auch gar nicht wissen. Egal, hier ist eine Kaktusstatue, die auf einem nackten Typen steht und kniet. Ich glaube, das ist von Petrit. Vergessen wir es mal. Ich wünsche gute Nacht, Sebo. Vielleicht morgen die Tage. Ich bin einfach live um die Zeit. Mal gucken, was ansteht. Alles klar. Spark, gute Nacht und lass dir was. Gerne, danke schön. Ebenfalls und bis die Tage. Ciao, ciao. Dankeschön, tschö. So, dann bin ich da morgen wieder einpennt. Okay, von Deutschland noch 1-2-Bits. Erstmal wieder 2 Stunden arbeiten. Und das Ercounty wird auf fast 20 Stunden. Ja, läuft. Läuft, läuft, läuft. Wir haben wieder ein bisschen was vor. Aber, wir haben noch ein bisschen Feierabend. Der Ercount, da steht auf 1926. Dort startet er morgen wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir haben auch alle Nachrichten durchgefrühstückt und ich sehe zu, dass ich Feierabend mache. Bis die Tage und wie immer, danke an alle. Ciao, ciao. 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 Bom, ciao.